Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute gibt es Ausdrücke mit pasar. Que pasa? Was ist los? No pasa nada. Nichts passiert. Nichts passiert. Passa por mi casa. Passa por mi casa. Komm bei mir vorbei. Komm bei mir vorbei. Passa. Passa. Herein. Herein. Oder Komm doch rein. Komm doch rein. Passa me el pan. Passa me el pan. Reich mir das Brot. Reich mir das Brot. Pásalo bien. Pásalo bien. Viel Spaß. Viel Spaß. So, und dann noch Ausdrücke für, wenn man zu spät kommt. Lo siento, llego tarde. Lo siento, llego tarde. Es tut mir leid, ich komme zu spät. Es tut mir leid, ich komme zu spät. Perdón por el retraso. Perdón por el retraso. Verzeihung für die Verspätung. Verzeihung für die Verspätung. Disculpa la tardanza. Entschuldige die Verspätung. Entschuldige die Verspätung. So, das war's für heute. Genug, suficiente. Muchas gracias. Hasta mañana.